Tag 1, mein Name ist Nana Lifestyle und mein Name ist Alessio Kurato von AC Media Production. Willkommst du da? Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, AC Media Production ist kein Musik, der für uns Fotos, Videos und auch All-Wall-Tätigkeiten macht. Und das Video ist jetzt quasi Tag 1 in Köln auf Mallorca, zwei Stunden Aufenthalts auf der Rollbahn, weil es Technologien gibt. So ist es halt. Aber wollen wir euch einen kleinen Alessio-Banana-Vlog zeigen, was wir so wissen machen. Ja, guck mal, wir fahren nach Mallorca, schöne Sonne oder so. Was kommt? Sturm oder Mallorca. Jetzt hätte es laufen können. Das gibt es gar nicht mehr. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Mr. AZ Media, Alessio. Ich und Alessio mit Nana Lifestyle, Power, Power, Power. Gut, bei uns Ony gelandet. In Spanisch-Wallepflug. War gut, aber da ich so groß bin, hatte ich sehr wenig Beinfahrt. Aber egal. Man konnte nicht alles für die Arbeit. Wir müssen mehr tun, dass du nur noch Fährstras rutsch. Ich weiß auch nicht so Fährstras. Es ist besser, Personal ist besser, eigentlich alles besser, ne? Ja. Auch ein bisschen bodenständig. Das Ganze sind wir hier umzuarbeiten. Und, äh, was ist irgendwas leisten? Es muss auch dankbar sein, ne? Dankbar sind wir hier bei uns. Und wollen auch wirklich auch Erik, Natja sagen. Danke für den Job. Wir freuen uns auf. Wir werden alles geben. Und das ist unser kleiner, äh, ja, Targo-Bruh, Diary, den wir hier machen. Wow. Um einfach zu zeigen, wie hart wir arbeiten. Sport machen. Und Spaß, ja. Richtig? Ja. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Natja. Ja. Bis gleich. Ich sage jetzt mit mindestens 500 Gästen. Geladenen Gästen. Und natürlich viele Brommes. Ja. So, rein. Leute, haben die Gebäude. Das ist sicher. Ja. 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 Ja.